Grüß euch, ich bin Andreas Gscheider. Ich habe in Serkirchen ein kleines, aber feines Whisky-Geschäft. Meine Whisky-Leidenschaft ist entstanden, indem ich vor gut 20 Jahren eine sehr gute Flaschen Whisky in die Hand gekriegt habe. Mittlerweile haben wir in unserem Geschäft mehr als 70 verschiedene Sorten Whisky und Rom in allen Preisklassen und alle natürlich zum Verkosten. Liebe Whisky-Freunde, es darf mich recht freuen, wenn ich den einen oder anderen in meinem kleinen, aber feinen Geschäft begrüßen dürfte. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.